Die britische Sportwelt trauert. Die Snowboarderin Ellie Souter ist an ihrem 18. Geburtstag gestorben. Sie galt als eines der größten Talente ihrer Sportart. Wie das britische Olympia-Komitee war am Donnerstag bekannt gab, ist die Snowboard-Nachwuchshoffnung Ellie Souter an ihrem 18. Geburtstag verstorben. Über die Gründe ihres Todes wurden keine näheren Angaben gemacht. Hoher Präsident Joe Robertson und der Präsident der Athleten-Kommission Ben Havis äußerten ihr Mitgefühl. Ellie war im Team unglaublich beliebt und geschätzt. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden. Ellie Souter gewann im Alter von nur 16 Jahren die Bronze-Medaille bei den Olympischen Jugendspielen in Erzurum, Türkei im vergangenen Jahr. Ja, erst vor kurzer Zeit wurde sie für die Junioren-WM in Neuseeland nominiert. Sie galt als eine der Hoffnungsträgerinnen für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022. Auch ihr Vater, Toni Souter, meldete sich auf Facebook zu Wort. Diese grausame Welt hat mir gestern meine Seelenverwandte und beste Freundin an ihrem 18. Geburtstag genommen. Ich war so stolz auf die wunderschöne junge Frau, die sie geworden war. Ellie, ich werde dich mehr vermissen, als du es dir jemals vorstellen kannst. Ruhe in Frieden, du kleiner Champion, schrieb er. Ginsberg Wccese Wccse Wccese 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 Wccese